Und damit nicht willkommen zu einer kleinen Runde Auf jeden Fall ist der Fischergott wieder dabei Wir versuchen erstmal guten Loot zu bekommen Warte, ich will auch jemand Nein, wie so ist das denn? Haben wir auf jeden Fall gut geregelt in der Runde Also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine dumme Aktion war Aber es war eine dumme Aktion Also wir haben die 20 Likes im letzten Video geschafft Und nochmal danke an euch alle Ich wollte sagen, dass ich die Tastatur vermutlich das nächste Mal zerstören möchte Also ich weiß jetzt nicht wann, aber vermutlich so am Wochenende Ich renne gleich weg, ich renne weg, ich gehe in die Mitte Der folgt mir immer noch, der Schwanz Ich bin auch da, ich bin da, ich bin da Ich bin in die DDR und bleib stehen Jetzt brenne ich auch noch Nein, nein Zwei Herzen Fuck Ich hab das Agreement, ich hab das Agreement, keine Sorge Was ist das für eine Scheiße? Hey, wieso staubst du ihn? Nein, nein, nein 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 Oh Mann Alter Ich wollte ja nur eine ganz normale Runde zocken Hey, mein Abonnent beschützt mich Und? Noch ein? Was hat der für eine Range, der Asslack? Was ist das für eine... Aber Leute, wenn wir die 10 Likes packen sollten, dann werde ich im nächsten Video Olivenwasser trinken Ja, die gehen beide auf dich Sehr schön, super Ich hab ein halbes Herz Pass auf, wie der hier Ich bin dort Nein Hello Hello